Da hat einer den Arsch gekostet. War es Hustrum oder war ich das jetzt? Okay, das war jetzt ich. Du bleibst da liegen, wenn du liegst. Dann gucken wir mal hier hinten, was hier noch so ist. Ah. Da war noch was. Das habe ich jetzt. Das bin jetzt mal hier hoch. Ah, da oben liegt der. So, dann gucken wir was hier noch ist. Hier ist sonst so nichts mehr. Nein. Außer ein Glätt ist hier nichts. Das Glätt hat eine Knarre für mich. So schön, dass es alles dann gleich zu dieser Farm, zu der Ebenezi Farm geben. Und... Ja, dann haben wir es auch übergeben. Blabappo? Ich will gucken. Hund, geht doch mal. Hund! Komm mal her. Musst du jetzt genau da entweg den Hund? Muss das sein? Ernsthaft? Ein bisschen ruhe jetzt so. Nein, das funktioniert also nicht egal, wie ich es mache. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Da liegt aber eh nach. Jetzt kann ich da hoch. Ich habe jetzt zumindest Kohle gebracht. Gibt es da auch mal was? So. Dann war es das hier schon. Und ist hier nichts. Und ich glaube der Schlüssel war hier für gewesen. Für das Ding da. Ja doch, wir könnten unseren Protektor mal einfach... Guck weg. Ähm... Das haben wir ja schon. Einfach mal starten. Einfach so mal aus Spaß. Man muss können. Okay. Riese. Wir sind echt schlecht im Entsperren. Ja. Toll. Wieder eins. Cool. Dies war Gings. Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen... Nicht rechtsvollzugslangweilig, oder? Hm. Na komm. Na komm. Viel Spaß. Hier kann ich nichts aufmachen. Und ich war mich dann mal auf dem Acker. Oder ist hier noch einer? Hier ist keiner mehr. Und da ist eine Blähfliege. Eine Blähfliege. Und da ist noch ein Hütchen. Eine gemütliche Hütchen. Hier. Yay. Wir haben Stufe 10 erreicht. Mit einem Schuss. Was? Das wünschen sich nicht so viele Leute, dass sie das können. Mit einem Schuss Level 10 zu erreichen. War das nicht 3? Ich hab das für ein 3. Da kann man sich täuschen. Ja und der, der hier mal war, der ist weg. Ich hab den Whisky da gelassen. Das ist ja mal nett. Und ein Knussbruch ist eigentlich schön. Ich hab auch noch da gelassen. Na, das ist doch toll. Wahrscheinlich ist er wie ein Blähfliege abgehauen. Der hat alle Blähungen gehabt. Ich weiß, der kam jetzt flach. Sehr flach sogar. Ich bin nicht so für die... Ich bin kein Fan... Was heißt kein Fan? Ich bin schon Fan davon. Aber ich glaub so... Schwarzer Humor, der liegt mir... Zum Erzählen jetzt so wirklich. Da ist die Farm. Da will ich hin. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Paar... Bisschen Paar, ja. Noch ein Paar Vorsichtsmaßnahmen oder Vorkehrungen machen, oder? Keine Ahnung. Habe ich eigentlich einen Timer gestartet? Ich witzwollt... Nö. Ich hatte dafür das Programm aufgemacht, aber ich hab vergessen einfach auf Start zu drücken. Auch gut. Dann ist das gekonnt. So, wie viele Leute sind eigentlich hier? Es sind fünf Leute hier. Ja. Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Ja, ich zeig es dir. Schieß los! Ähm... RB. Dafür bist du jetzt zuständig. Und wir werden ein wenig kochen. Ich merke auch, viele finden das hier nicht so Bolle. Mag vielleicht daran liegen, dass ich nicht so eine bin, die jetzt durch die Gegend rennt und wild losballert. Ich meine, den hab ich jetzt auch schon gemacht zwar. Aber jetzt nicht so, wie die meisten das anscheinend machen. Ich bin halt eher so eine, ja... Ich baue halt lieber sowas auf. Da hab ich mehr Spaß dran. Oh, ich wusste gar nicht so viel, dass wir so viele Knochen haben. Ich weiß vielleicht nicht mehr was sonst gebrauchen konnten, aber egal. Was brauchte ich noch mal für ein Level, um... Bluetooth zieht. Was brauchte ich noch mal für das Ding für ein Level für... Ach, ja. Langfinger... Nein, das war's nicht. Ah, da. Level 14. Ah, okay. Dann gucken wir mal, was wir noch besser... verbessern können. Nee. Okay. Das wär's doch. Ja. Mehr Munition, dann mehr Kronkorken. Was wär da besser? Hm. Oder ich mach jetzt mal den Waffenfreak. So. Wird auch gleich gespeichert. Und jetzt geben wir... Warum gehen die jetzt auf? Ich hab mich doch zugemacht. Ja, Hund. Wenn du deine Nase dazwischen hast, ne. Ist klar. Ah. Das ist die Laborstation. Da haben wir noch... Glaub ich, hatten wir auch hier eine Waffen... Hast du? Oder? Station. Ja. Oder? Äh... Irgendwann nicht. Scheinbar nicht. Egal. Macht nix. Wir haben hier eine... Alter. Hund, ne. Ich dachte, du wärst ein Feind. Oh, die brave Bertha. Ich weiß, die Kuh heißt anders, aber... Ich kenn's jetzt halt mal Bertha. Ist das was mit dem Tor? Tschüss. Ich geh jetzt ohne dich, Hund. Moment. Ich renne. Ja. Immer zur Red Rocket Station. Die ist grad hier. Das hier gibt's nicht grad so schön. Normalerweise könnte man auch hier was aufbauen, aber... Ich weiß nicht. Lohnt sie's denn? Ich müsste ja auch erstmal alles sicher machen, ne? Damit halt, äh... Solche Viecher... Und die ganzen anderen Viecher, die da rummuseln, nicht angreifen, ne? Zum Moment. So. Die verarbeiten wir. Und das natürlich auch. Hm. Wo ist denn unsere? Das ist nicht unsere. Das ist unsere. Ja, mit Schaden 26. Ne, unbedingt. Lohnt sich nicht so wirklich. So. Da brauchen wir die Läffische 2. Okay, das könnte man machen. Wir könnten auch das da machen. Dann hätten wir... Ja. Feuerrate. Hier geht Abzug erhöht. Die Feuerrate, ja. Ich will aber die Präzision ziemlich runter machen. Dann haben wir das noch. Das machen wir mal. Und sonst können wir da nichts machen. Und ich glaub, irgendwo ist das Radio an. Warum ist das Radio an? Aus. Unser Jagdgewehr. Die macht hier hinein. Können wir da irgendwas machen? Nein. Und da? Ja. Verbessert Reichweite. Ich weiß aber nicht, dass sich die Reichweite irgendwie verbessert. Dafür versetzt sich auch nur nicht allzu viel. Dass wir die Präzision verbessern. Weil wir brauchen viel Kleber. Wir haben nicht also viel Kleber. Wollen wir da noch was machen? Ja. Können wir. Nein. Was kann denn der Kolben? Nachladegeschwindigkeit. Ja. Wird schlecht. Nichts. Da haben wir schon. Ich glaub die Reichweite. Dann laufen wir so und werden das jetzt mal endlich bauen.